Was bedeutet Glück für dich? Wie kann man hier scharf machen, Garlit, oder? Für mich bedeutet Glück Essen, Liebe und Carla und Carla und Carla Glück ist leider außer Khoott. Ich bin in der Nähe von Carla Hast du dich aufgelogen, glaube ich? Was? Es fängt erst noch an! Das habe ich heute noch vor, nichts mehr. Ich will einfach nur in Basel sein, die gute Laune genießen und ein paar Mädels am Kraftstoff. Guck mal! Mach ein Foto! Es geht! Hiiii! Wir fahren jetzt auf Waldheim! Yay! Mach's jetzt noch! Hulala! Schau mich doch! Okay, los! Möchtest du noch etwas beitragen? Du musst weiter nach hinten, du bist zu nah! Das ist ausspannen! Die Gebäude sind wunderschön! Sehr gut verputzt! Was haben wir noch für Fragen? Die umarmen sollen! Umarmen! Umarmen! Jaaaaaa! Seid ihr gut drauf? Nein! Ich freue mich aufs kalte Waffen! Ich freue mich im Sand! Freunde! Was für Freunde? Ich habe keine Freunde! Moff! Ich bin alleine! Ich bin alleine! Wenn dir irgendjemand einen Freund hat! Wenn dir irgendjemand einen Freund hat! Ich bin alleine! Ich bin alleine! Oh mein Gott! Ich habe die ganze Zeit aufgenommen! Keiner hat irgendwie kreative Ideen! Mach die Scheiße jetzt aus!